Musik Tor auf für ein Pas de Deux, der Extraklasse präsentiert vom Ressort für den Leistungszentrum, Lotzberger, Dante, Veltino, ULD und Four Robins. Lotzberger, Dante, Veltino, ULD, 18-Jährige, der Bund ist war das Jahr. Dieses Biedesgleich in seiner ersten Test-Saison siegte er unter Terese Nilsag 30 Mal. Ruhmte der Gold beim Oldenburger Nachwuchsmessur-Verdekamp und platzierte sich im Finale des Nürnberg-Amburg-Programms. Dante, Dante, O.E.D. vom Verlode 1 aus der Stadstrecke zu The Riena vom Veltino 2 im Ausland-Runde des Vollwinders Nürnberg. Präsentiert wird er unter seiner ständigen Einzel-Tegnissen-Dienst-Tage im Ami. Und meine Damen und Herren, der 6-jährige Paul Robins. Und der Kino-Verdekamp wird verdient vom Fürst-Romancier aus der Gisina vom Sardana Hall 1 aus seiner Mutter des Donutschufo. Und er absolvierte 2012 seit 30 Tagen der Sinschläger mit einer 9,25 für den Trag. Und die Richtigkeit mit einer 9,9 für den Galotten und einer 8,88 für den Sardana Hall 1 aus der Serie. Ja. 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 Wir haben erstklassige Vererber bei uns aufgestellt. Viele haben es auf der Hengstpräsentation am Sonntag gesehen. Da hatten wir zwei hier, unseren Dante und unseren Frau Romans. Haben natürlich noch jede Menge mehr gute Hengste bei uns stehen. Betreiben synchron zu der Hengst-Station auch noch einen Ausbildungsstall, indem wir junge, talentierte Dressurpferde ausbilden und für die Vermarktung vorbereiten. Mit großer Perspektive für den Dressurpferde. Es sind ja mittlerweile schon, muss man sagen, Profis in der Geschichte. Es ist ja nicht die erste Hengst-Verführung und auch nicht die erste Hengst-Verführung, die wir dieses Jahr gemacht haben. Sie haben sich sehr gut gezeigt. Für junge Tiere in so einer neuen Halle bei so einem Ambiente immer eine schwierige Geschichte. Aber unser Dante und 4Romans, die machen das wirklich gut. Und ich denke, das ist auch unseren wirklich tollen Reitern zu verdanken. Das ist ja nicht die erste Hengst-Verführung. Dank der ehemaligen Verwerbungskraft des zweifachen Siebjährlings des 4Romans stellten seine Nachkunft alles in den Schatten. Bei der 81. Oldburger Elite-Auktion kostete For My Love und bekommt verdächtig 80.000 Euro. Bei deutscher Wohlstand genannt wurde sich ein Sohn des 4Romans Golds. Eine Tochter gewann Silber. Weitere zwei 4Romans-Wollen platzierten sich auf dem liegenden Entry. Ressur vom Aravanz im Ressur für den Leistungszentrum. Lothberg, bedankt wird die OED. 4Romans. Wir verschicken Frischsamen europaweit. Wir haben viele Kunden in den skandinavischen Ländern. Dänemark, Schweden wird immer mehr. Dann natürlich Benelux-Länder sowieso. Und natürlich auch Übersee, Australien, Kanada, Neuseeland. Da wird dann allerdings TG verschickt. Ich habe mich gestern noch mit zwei Neuseeländern unterhalten. Und ich glaube, das dürfte von hier aus ziemlich so das weiteste sein, was wir an Kundschaft bislang hier bei uns haben. Lothberg liegt im Oldenburger Münsterland. Also wir bezeichnen es selber immer so ein bisschen da oben als Epizentrum der Pferdezucht. Lothberg. 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 zu repräsentieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Resonanz ist sehr gut. Es hat sich sehr schnell herumgesprochen, dass wir hier sind. Wir haben sehr, sehr viele von unseren Züchtern hier getroffen, interessante Gespräche geführt, neue Kunden kennengelernt und ich denke, für uns war es auf jeden Fall eine erfolgreiche Geschichte. Vielen Dank.